Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 1. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1310. Heute mit den folgenden Themen. One UI 5.1, Twint, Netflix, Facebook Messenger, Airport, Embargo, Acapulco, Instagram und Paramount. Du siehst nicht nur verschiedene Themen, sondern auch verschiedene Kategorien und ich würde sagen, wir stürzen uns gleich rein. In den nächsten Tagen, genau gesagt, heute oder morgen, wird das neue Samsung Flaggschiff-Smartphone, das S, ich glaube 23, vorgestellt. Genau, und das soll ja mit Samsung One UI 5.1 rauskommen. Jetzt gibt es schon die Geschichte, sprich die Neuigkeiten, was in dieser neuen Version drin ist. Es gibt Änderungen bei der Kamera, bei der Galerie, bei der AR-Zone und AR-Emoji-Geschichte, bei den Widgets, bei den Modi und Szenarien, bei der Konnektivität, bei Samsung Decks, bei den Einstellungen, bei Samsung Internet, also dem Browser von Samsung, den Setup-Assistenten, dem Wetter und die Anrufe. Am zweiten, das wäre dann in dem Sinne, morgen bin ich bei Samsung hier in der Schweiz und darf mir die Neuigkeiten, welche Sie jetzt eben an diesem Unpacked-Event vorgestellt haben, anschauen. Da kann ich sicherlich auch einen ersten Blick auf 5.1 werfen und mal schauen, vielleicht kann ich da das eine oder andere Bild und oder auch Bewegt-Bild dazu machen und euch hier vielleicht auch in der Daily ein bisschen was dazu erzählen. Twint ist gemacht, um abgezockt zu werden. Nicht Twint als solches, sondern diejenigen, die es einsetzen. Warst du schon mal, und das vielleicht jetzt für die deutschen und österreichischen Zuhörer, Twint ist ja dieses Bezahl-App-Dingsbumsie-Zeugs aus der Schweiz, was ich so liebe, Hashtag Not. Genau. Hast du schon mal an einer Party oder an einem Dorffest damit bezahlt, dann gibt es ja die Möglichkeiten, da so einen QR-Code zu scannen und dann zu bezahlen. Findige Nutzer haben das schon herausgefunden, dass man da ganz einfach einmal eine Zahlung über irgendwelchen Betrag machen kann, einen Screenshot macht und dann das den jeweiligen zeigt und die dann vielleicht teilweise im Stress oder was auch immer denken, oh cool, ja, der hat bezahlt, danke und tschüss. Jetzt hat sich die Gucken-Musik, Gucken-Musik vielleicht für die Deutschen nochmals und österreichischen Zuhörenden, das ist so, die machen Krach an Fasnacht, so eine Musik. Entschuldige mich an all die Fasnachtler da draussen, ja, ich bin keiner und deshalb, ja, eben, Gucken-Musik. Genau, die haben nämlich an ihrem Fest, was sie alljährlich einmalig durchführen, mehrere tausend Franken verloren. Weshalb? Weil da eben Menschen da waren, die einfach einen Screenshot gezeigt haben und dafür Bier, Getränke, Esswaren und was auch immer bekommen haben. Das geht natürlich gar nicht und deshalb sage ich euch, liebe Vereine da draussen, SumUp und ähnliche Dienste wären wahrscheinlich die bessere Lösung, weil da könnt ihr Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay und was auch immer annehmen. Da kann man nicht mit Screenshots tricksen. Und dann twinkt, ja, macht mal eure Hausaufgaben und bringt da was ein bisschen Schlaueres raus. Netflix Account Sharing. Wir hatten es schon das eine oder andere Mal. Wir wissen ja jetzt, im März wird es aktiviert. Wir wissen jetzt auch, wie das Ganze umgesetzt wird, sprich, wie das Netflix verhindern möchte, dass du da draussen einen Account missbrauchst. Wie machen sie das? 31 Tage hast du Zeit, da musst du wieder zu Hause in deinem WLAN sein. Bist du das nicht, wird dein Gerät bei Netflix gesperrt. Das heisst, Leute, die länger im Ausland sind, weil, keine Ahnung was, die haben da ein Problem. Leute, die Netflix einmal im Monat nicht brauchen, die haben auch ein Problem, denn deren Gerät wird einfach gesperrt. Wie man es entsperren kann, das verraten die FAQs noch nicht, aber vielleicht kommt es ja noch. Mal schauen, mal schauen. Ich bin echt gespannt, wie das für Netflix ausgehen wird. Ja, mittlerweile gibt es halt einfach auch genügend Alternativen Netflix. Wenn ihr dumm tun möchtet, dann gehen Leute halt. Oder umgekehrt ist natürlich, wenn Netflix damit erfolgreich wird, tun das die anderen auch. Es ist nicht schön, diese diversifizierte Welt da draussen. Der Facebook Messenger hat ja eine Klage bekommen und jetzt haben ehemalige Mitarbeiter dies auch bestätigt. Bei Facebook Messenger hat man sogenannte Stress-Tests gemacht. Damit hat man einfach die App so absurd hochtourig laufen lassen, dass sie den Akku des Nutzers ausgesaugt haben. Wieso hat man das gemacht? Ja, aus Testzwecken, man wollte schauen, wie der Mensch damit umgeht. Böse gesagt. Zumindest haben diejenigen, die da reklamiert haben, die Mitarbeiter, das dann so erfahren, dass man halt das einfach so macht. Ja, kann man machen. Man kann die App auch deinstallieren. Es gibt ja genügend Alternativen. Wie wäre es doch, nachdem Apple den HomePod, den Originalen, den grossen, wieder aufleben hat lassen, könnte Apple ja auch das Airport wieder beleben. Möchtet ihr euch noch erinnern? Das waren die Apple-eigenen Router. Sogar die Extreme-Geschichte und dann auch die Time Capsule, wo man noch die Backup-Lösung mit drin hatte. Ich habe das Teil geliebt und bis zum letzten Tag, wo das Update gekommen ist, auch fleissig genutzt. Versteht mich nicht falsch, ich bin mega happy mit meiner Fritzbox und auch mit anderen Lösungen, die es auf der Welt gibt. Aber so ein Apple-Router, der gleichzeitig auch Siri drin hat, HomeKit, Matter und mir das iCloud Private Relay noch mit reinnimmt, das klingt schon sehr, sehr verlockelt. Dazu noch vielleicht Wi-Fi 6e oder schon Wi-Fi 7 und so weiter und so fort. Das wäre eine Lösung, mit der viele, viele Nutzer da draussen sicherlich nicht verkehrt umgehen würden, denke ich doch mal. Es schaut ganz so aus, als würde die USA das Embargo in Richtung Huawei nicht lockern, sondern noch mehr verstärkern. Aktuell dürfen zumindest Produzenten oder Chipp-Produzenten wie Intel und, ach was gibt es da draussen noch, Qualcomm etc., Prozessoren mit 4G, also LTE-Technologie an Huawei ausliefern. Die dürfen damit noch ihre Smartphones machen und ihre Computer damit basteln, aber sie dürfen keine 5G-Technologie nutzen. So wie es jetzt aber ausschaut, laut Insider-Quellen, soll auch das angeschraubt werden oder die Stellschraube angeschraubt werden und Huawei bekommt nicht mal mehr deren Technik. Dann bin ich dann aber sehr gespannt, wie es umgekehrt funktionieren wird, denn wir wissen ja alle, dass Huawei ganz viele Patente auf dem Bereich 4G, 5G, 6G, 7G und WLAN hat und die brauchen natürlich die ganzen vorgenannten Firmen auch. Das könnte noch unschön werden. Generell sehe ich da einfach nur Verlierer auf dem ganzen Bereich und nicht nur Gewinner oder nicht einen Gewinner. So rum, muss ich sagen. Ich habe mich ja hier in der Geek-Talk-Tailie schon mal als Fanboy oder als, ja, wie soll ich sagen, als einer, der diese Remark geoutet. Acapulco, eine Telenovela aus Mexiko, die bei Apple TV Plus zu sehen ist, deren Ende letzten Jahres schon die zweite Staffel online gekommen ist. Nochmals 10 Folgen obendrauf. Ich habe sie mittlerweile auch durchgesuchtet in einem Rutsch, nachdem sie dann alle da waren und jetzt gibt es gute Neuigkeiten von Apple, denn sie soll eine dritte Staffel erhalten. Das freut natürlich mein Fanherz und ich werde auch weiterhin bei Rotten Tomatoes meine Bewertungen da drin lassen. Das ist eine der wenigen Produktionen, die nach wie vor bei 100% beim Tomatometer von Rotten Tomatoes liebt. Also das ist nicht schlecht, wie ich finde. Und wie gesagt, schaut sie euch mal an. Ihr könnt nichts als Zeit verlieren damit oder sie eben, so wie ich, einfach zu schätzen wissen. Instagram hat sie Ende Dezember angekündigt. Nun kommt sie auch zu uns, nach Europa. So wie es ausschaut, auch nach Deutschland, vielleicht auch in die Schweiz. Was kommt? Die Notizfunktion. Was ist das? Das ist wie der Status, wo ihr Bilder und Videos hochschieben könnt, die dann nach 24 Stunden verloren gehen. Neu begibt oder hat Instagram auch in den Posteingang bei der Message oben so Bubbles hingemacht. Aber da sind keine Bilder oder eben die Story-Funktion mit drin. Nee, da kommt jetzt Text mit rein. Ja, kann man machen. 60 Zeichen, die dann nach 24 Stunden wieder verschwinden. Ja, dann haben wir noch mehr Blogger drüben bei Instagram. Oder eben Menschen, die sich Blogger nennen. So rum, meine ich. Paramount Plus kennt ihr schon. Den Streamingdienst, der im letzten Jahr auch bei uns in der Schweiz gestartet hat und unglaublich schweinisch teure Preise hatte. Vor allem im Vergleich zum europäischen Festland, was sonst da an Preisen aufgeworfen wird. Die heissen bald schon anders. Die haben sich noch nicht mal etabliert. Heissen schon bald, also ab diesem Sommer, dann neu Paramount Plus mit Showtime. Warum kommt das Ganze? Ja, Showtime und Paramount Plus tun sich zusammen. Das lineare Angebot von Showtime kommt in das Streaming-Angebot von Paramount Plus. Das freut mich ja grundsätzlich, wenn ich dann da ein Abo hätte. Denn ich bin großer Fan von Dexter, von Homeland und ach, wie hiess es nochmals? Ach, das mit dem Mr. Scully. Ich komme nicht mehr drauf. Aber ihr wisst sicherlich, lasst es mich bitte wissen, die ganz coole Serie mit dem Schriftsteller, der da ein bisschen Probleme hat mit dem Single-Dasein oder dem Nicht-Single-Dasein. Ja, eben, wie gesagt, beide kommen zusammen, bringen das ganze Angebot auch in eines. Wahrscheinlich wird es dann auch teurer, noch teurer. Wir werden es sehen. Ab diesem Sommer soll die Umbrandung dann stattfinden. Und das war es dann auch schon mit den heutigen Neuigkeiten. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.